hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play minecraft wir sind hier beide noch in zuhitz, 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 hä lol der backt voll rum, ey ich will die level, ich will die level ich will, ich will, ich will level, ich will level, ich will level aber er hat ja level getroppt, das macht er, warte mal, hier ist creeper, enderman, 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 ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich ich werde von, oh, oha, oha wo denn, ich seh dich nicht du hast jetzt keinen spawner gefunden, oder? doch, guck mal halt, was wir ein glück haben wir lassen auch eine falle bauen, kannst du hier bitte noch eine falle einrichten? naja, klar, ich richte auch noch eine falle ein, ey, das ist schon, was hast du gefunden? guck, ich hab hier einfach so gefunden, ich kann mir jetzt dann zu mir bauen, was ist das? also, wir haben vier nametags und so, also, übelst geil, die habt ihr Lust dann hier vier nametags, was hast du? die habt ihr Lust? einmal Schaltplatte 13, C, 418, 13 das haben wir schon, das haben wir schon klasse, schon wieder in Dungeons, das ist geil guck, ich sammle immer die Erde hier ein ich sammle immer gerne die Erde hier ein boah, das war gerade was geiles weil, naja, muss man sich selber auch drücken aber hier ist gerade weit voll viel, das war voll gut aber jetzt wieder nix da das ist natürlich geil oh, da ist ein Squidoodle das ist besser als nix du kannst doch Squidoodles töten ich will alles töten ich hab wieder acht Level ich 15 soll ich den Bogen auf Level 30 verzaubern dann? ja guck mal, das muss man hier doch besser hin machen Mann so kack, aber ich kein Level musst du machen mein Bogen ist das dann ich schon Level 26 hatte und plus 8 vor 16 im Level ist ja dann nieder schon lange 30, Alter nur wieder so suchen oh ne das geht ja gar nix lass mal den Bauch gewachsen lassen ey hast du die ja extra nicht? Alter, die können nur im Viererpack wachsen die Bäume Mann, jetzt hab ich da voll viel oh, oh, zwei Creeper hab ich, hab ich, hab ich hab ich den getötet? Alter, du hast mich abgeschossen sorry, wollte ich nicht ja, wolltest du nicht, gell? ich wollte mich betreffen, Mann ja, und schießt ab wie bei mich ab, gell? so, nehm dich nach sonst, äh, geb ich den Headshot wie ich's eigentlich schon gemacht hab oh, du Stacke, alter das war versehen, wirklich oh cool, ich hab grad einen Apfel gefunden im Dungeon wir haben einen Bogen auch noch ein versehen, gell? ja, das war wirklich ein versehen schieß, alter bitte lass es mal, du machst ne Scheiß direkt so Mann, du machst ne Scheiße, alter du darfst mal den Level einsammeln ich hab nicht gemacht, elf Stück hab ich jetzt, oh Mann und nicht ein Level oh Mann wo ist mein Schwert hin? boah, ich hab's, Mann ich geb's dir, warte ey, das ist richtig behindert ja guck, da find ich jetzt meine Item ist nicht mehr richtig wir haben nur noch vier wir haben nur noch vier Kantoffeln, ne? warte, ich geb dir alles, ich schmeiß dir alles hier in den Gang, okay? warte, was hattest du? das heißt, das, äh, das kannst du haben warum ist da das, äh, das sind nur die Sachen für Dings, nein hast du das, was hattest du noch hier, das kannst du haben das kannst du haben ich hab nur drei Pfeile ich hab nur drei Pfeile oh, ich hatte noch ein paar ich hatte 50 mindestens hier, mehr hatte ich jetzt wirklich nicht ich hatte nämlich auch welche deswegen weiß ich jetzt auch nicht ich hab mir 50 gecraftet, ne? also ich hatte dann 50 daraus, Alter wo hast du denn diese gedroppt jetzt? wo bist denn du? ich hab, ich hab die Pfeile in deinem Haus getroppt nicht nur jetzt hab ich 35, aber nicht mehr 50 ja, ich hatte aber auch noch welche, gell? ich hab noch einen Bogen für dich hier, weißt du mal brauche ich nicht, brauche ich nicht aber, ähm, Kamerf-Kajake oh, die hat operiert oh, Mann, wie behindert, Alter so viele Leber nicht cool, da war ein netter Warzen, circa ich hätte mir eine Dungeon ein bisschen voll aber ich hatte so viele Leber nicht ah, hier sind noch Ofenkartoffeln drin, guck Alter! meine Thronen sind so überfüllt oh, Mann, da kann ich ja gar nicht und kann ich nicht brauche ich spare jetzt auf Level 30 und mehr nicht meine Thronen sind so stark überfüllt, ey ich zischte jetzt noch Kühe, wenn ihr wollt hier wollt ihr Liebe machen dann bummst euch ein bisschen hier du auch mit jemand mit Dad, 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 Hallo hallo kommen sie nicht zu euch oh, da bummst du die heute jetzt, warte, jetzt, 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 jetzt geht's ab behindert geworden? ey, ich hab übrigens mit meinen Eisenschaufel, glaub ich, hab ich einen netter verloren, ne glaub ich ey, du machst nur Scheiße, ne, wir machen wir machen nur Scheiße oh, schön ist es schön ja, ich hab's gemacht, Mann ich brauch auch zwei neue Spitzhacken, welche fast kein Eis... doch, ich hab nicht mit dem Eisenbolem war schon sehr teuer ja, warum hast du's denn gemacht, Mann? ja, ich find das so dass wenn du totes du Eisen bekommst, hohohohoho nein, ich fand das einfach cool ich werde ihn jetzt, äh ok, es ist cool, aber warum ist hier ein See in seinem Aproposch? äh, weil der Kiefer das kaputt gesprengt hat Alter, Mann ich hab nur Scheißdreck ok, warte mal wie nennen wir den jetzt, wie denn? kacke, ey du machst wirklich nur Scheißdreck, ne das ist wirklich was ist das für ein Geräusch? kennst du irgendwie coolen Namen? kannst du irgendwie coolen Namen nennen? kennst du irgendwelchen... den Namen muss man am Ambus benennen, gell? ähm, guten Namen für was? das würde ein Eis simbolen ja, äh willst du nicht Mark nennen, also Mark nein, warte mal, warte mal ich will ja, äh, was cooles nennen also ich bin schon, ich bin auf den Hausdach drauf gejumpt übrigens, ne ok ich lass mich angucken das ist ein cooler Name sieht schön aus hier wie heißt unsere oh, guck mal das ist der Wächter ich schreib drauf Wächter 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 ah, ok ah, ok gut, ich find's halt eher irgendwie Village Dazimo Village oder so nennen weil Town heißt eigentlich Stadt das ist ja nur ein mini kleines Dorf bei uns hier zwei Häuser sind nicht gerade viel, oder? ja, wir haben noch ganz viel Farm und noch Wächter ja du bist jetzt Wächter über Dazimo Town wuuu wir haben ihn benannt es heißt jetzt Wächter und ich brauche Kohle darüber bin ich froh, dass wir ihn so genannt haben das riecht gut und ich brauche Kohle, darüber bin ich nicht froh aber wir haben hier ja, reiche Kohle vollkommen echt? reich? naja, naja hier an der Stelle nicht so wirklich aber woher nicht noch ein bisschen Kohle so, guck mal hier jetzt jetzt bringen wir wieder müssen wir's am Dach an bisschen Zeug ach, stimmt da müssen wir erst mal hin vom Raum aufs Hausdach ruf hö 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 und jetzt ist es schon mal falsch und zack also zwölf Kohle habe ich jetzt wieder befarnt hier haben wir eine Mine boah, die eine sieht so ganz gut aus, gell? ja und wir haben die andere halt nicht gut außen außen mit Sicherheit ein sehr schönes Hauswirt hier Gift und Feuerschutz stärkt 2 okay, interessant das war schon mal richtig drin feuerresistenz ist drin du hast einen Strang gebrochen ja ich hab's mir rausgenommen den Drang ja mit Feuerresistenztraum mit dem ich dann Lohnfalten werde dann kann die können die gar nichts mehr machen mhm mhm wir machen den dann gar keinen Schaden mehr das ist übelst gut aber warum habe ich den nicht mitgenommen ich fahr mit ein bisschen Kohle ich habe jetzt schon wieder 30 ne ich fahr mit ein bisschen Kohle ich nehme noch ein bisschen Holz übrigens übrigens Leute schreibt es mir in die Kommentare ob wir mehr solche Kämpfe gegen Lohn machen sollen oder lieber Farben sollen also ich glaube ihr seid sowieso für die Kämpfe ich weiß es nicht ja guck mal sehen ich weiß es nicht aber Farben ist halt auch wichtig gell? müssen wir halt machen ja weil wir sonst keine ja wir können am Ende des Projekts hier noch ein bisschen kämpfen so ne wir machen noch ein schönes Ding echt zwar nur noch kämpfen ach ne nur noch die Bögen 56 Kohle habe ich jetzt das ist also das Falsche wo ich weggetan habe gerade hier ist noch ein bisschen Eisen ach ne es war nicht das Falsche wo ich weggetan habe ein Eisenerz ist hier lol nur ein Eisenerz ich farm jetzt auch noch ein bisschen aber ich habe halt keine Höhle naja ich farm nicht woanders ja hier gehen wir in die Farm bei der Kürbisfarm es ist wieder Nacht es wird wieder Nacht cool gehen die wie nur bei der Kürbisfarm nö da gibt es keine Dias es wird gerade wieder Nacht ja es wird gerade wieder Nacht ich farm kohle übrigens ne ja weißt du was ich gleich farme ich farme jetzt gleich das ist geil das ist geil dafür ess ich aber schön noch mal was ne wenn ich auch jahr keinen Hümer habe falls ich mich da einer angreift damit ich direkt direkt an kann so ich nehme hier einfach mal extrem viel Kohle mit hier überall jede Kohle die ich sehe so mal sehen was wir da so sehen mal sehen was wir da so sehen mal sehen was wir da so sehen da ist das so warf nur ein bisschen bis es da ein bisschen gespawnt ist und halte ich da fern das Meer spawnt ok ok warte hier ist ein Creeper hier ist ein Creeper nein Hände ich muss mal den Roller angucken runter machen oh mein 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 oh jetzt wird geöffnet hier die schönen Blumen die zeigen an wo unser Haus ist du explodierst mir jetzt nicht alter wie konnte der explodieren so ein spack man jetzt hasse ich Creeper ich hab drei Herzen sogar du hast die schon vorgehasst alter ja ich wollte ich wollte immer eine andere Taktik ausprobieren wegzurennen indem ich mich umdrehe und rennte ich renne gar nicht so ganz geklappt und warum explodiert dieses spack dieser spacko alte ich war zehn Blöcke von dem entfernt oder fünf ich sag dir brennt was da kriegst du auch einen Fangspunkte ne das ach so Ofen oder Ofi das ist ja langweilig gell ja hallo Spawny Spawny kommt da was kommt der was oh das sind zwei Skelettons ich feite jetzt mal mit dir nein du glaubst mir nicht die Erfahrung böse böse ja ich feite dann an einer anderen Stelle wenn du über den Tötz ich fand's gleich gar nicht was ist mir bisher mega fette Schlucht gefunden mega fette Schlucht gefunden ich glaub das ist genau die die ich auch meine ist die bei dem dunklen Wald wo wir waren ungefähr am Rand ja am Rand ja die meine ich die hab ich auch schon gefunden halt nicht tief ne ist halt nicht in der Irma stimmt ja ja schon aber das ist ne Schlucht und da wird's äh ja oh mein Gott zwott der Creeper zwott der Creeper der mich nicht gesehen hat zum Glück warte wir muss doch er kann doch nicht einfach explodieren mal zu dir er kann doch nicht einfach explodieren mit ich hab den dreimal gehittet mit dem Creeper bei dreimal hitten und nicht down und oh mein Schwert heißen Schwert aber vielleicht komm ich wieder auf das Spiel rein auf jeden Fall hab ich einen crit gemacht ich glaub ich so ich bin fertig ich bin grade hier kämpf ich gegen den Creeper BAMS Junge und den letzten crit okay jetzt dürfte was gespawnt sein auf der Spawn Hi Simon ich geh jetzt mal runter zur Schluchter also hier hängt halt eine Spinne und die will ich mal kurz beseitigen oh Gott oh Gott ich höre einen Enderman ich höre einen Enderman ich höre einen Enderman er hat's schon bekommen wahrscheinlich durch Wasser wo ist ein Enderman? sehr gut sehr gut nice ich guck mal nach ihm zwölf Level Level jawohl 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 der ist er ja er hat einen Enderman er hat einen Grasblock geklaut das ist nicht fair ich hab einen Enderman bekommen dafür müsste er eigentlich fair sein der hat einen Grasblock geklaut alter ne das ist strafbar man ne Todesstrafe direkt das müssen wir mit der Todesstrafe würd ich auch machen würd ich auch machen auf jeden Fall das war schön wie heißt denn das war nicht bewährten aber die Todesstrafe die Todesstrafe gut äh 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 ui hier hier zombie und grieber halt an diesem reizenden Level hab ich jetzt in diesem Wald herkommen das sieht schon geil aus so das ist down der ist down so jetzt werden wir hier anlaufen halt hier wird's oh jetzt haben die bei ordentlich Schaden rein das stimmt eigentlich das stimmt eigentlich gar nicht das stimmt gar nicht jetzt zweieinhalb Herzen fluche Dinge ok da ist wieder einer da ist wieder einer da fighten wir jetzt gegen ihn das wird ein geiler fight so gegen so eine Lusche hier putzen wir so eine Lusche hier putzen wir so ein Hühnchen raus so ein Hühnchen raus zack down die Lusche down die Lusche das ist immer zu weit von mir weg als dass ich ihn nochmal schlagen könnte ja und deswegen das ist auch sehr cool und das zeigt dir ja an wann die Enderfell aufkommt ne das zeigt dir nicht an wann die Enderfell aufkommt ne das zeigt dir nicht an wann die aufkommt sondern erst wenn da ist so ein äh die lädt auf oder wann du die nächste wenn man die nächste werfen kann damit du die nicht spamen kannst achso ja gut ich ich war mir da nicht ganz sicher weil das ist ja komplett sinnlos eigentlich aber vielleicht zeigt dir auch an wann die aufkommt nämlich dann wenn man die nächste quasi dann äh werfen kann wenn die erste aufgekommen ist dann oh das war nicht so nice schau ich hab dich geschlagen ausgesehen so oft aus schlägst du mich aufzusehen weg hier da sind sie da sind sie die Mops da sind sie die Mops ja fein sie halt da hast du gerade geleckt bei mir scheiße oh Gott oh Gott oh fuck du musst dich voll wenden das war's dann von der heutigen Folge von nette Minecraft Foot crack hol ich schon Und wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss Tschüss